Hi, hier ist Mike. Ist das noch aktuell mit diesem Job, den Sie mir angeboten haben? Ja, als Wachmann. Ich mache alles. Der Laden war in den 80ern bei Kindern sehr beliebt. Jetzt ist er schon jahrelang geschlossen, aber die Eigentümer wollen sich nicht von ihm trennen. Ich werde arbeiten und du wirst schlafen. Geht klar. Nimm meine Hand. Sie müssen nichts weiter tun, als die Monitore im Auge zu behalten. Willkommen bei Freddy Fazbear's, wo Fantasie und Spaß zum Leben erwachen. Okay. Sie müssen der neue Wachmann sein. Kann ich Ihnen helfen, Officer? Haben Sie sie schon kennengelernt? Wen kennengelernt? Sie. In den 80ern sind hier Kinder verschwunden. Die Polizei hat Freddys von oben bis unten durchsucht. Hallo? Sie haben sie nie gefunden. Deshalb wurde der Laden geschlossen. Geisterkinder, die von Riesenrobotern Besitz vergreifen? Danke für die Warnung. Eigentlich sind es Animatronics. Was wollen die? Sie wollen sie zu einer von ihnen machen. Abby! Wie hält man sie auf? Es ist zu spät. Mike! Mike! Abby, lauf! Abby! Wo soll es hingehen? Wieso kriege ich immer die Spinner?